Swipe nach links, um zu deinen gemeinsamen Töpfen zu kommen. Ein gemeinsamer Topf unterscheidet sich grundlegend von deinen anderen Töpfen. In einem gemeinsamen Topf liegt nämlich kein Geld. Er ist nur ein schlaues Verzeichnis eurer gegenseitigen Schulden. Um eure gegenseitigen Schulden zu sehen, tippst du auf Übersicht. Hier siehst du, wer dir etwas schuldet und wem du noch etwas schuldest. Um deine Schulden bei einem anderen Topf-Teilnehmer zu begleichen, tippst du einfach auf Jetzt bezahlen. Abschicken und fertig! Deine Rückzahlung wird sofort im Ausgabentab angezeigt. Wenn dir jemand seine Schulden im Bad zurückgezahlt hat, erfasst du diese Rückzahlung manuell. Tippe auf den Eintrag und dann auf Rückzahlung erfassen. Gib den Betrag ein. Fertig! Auch die manuelle Rückzahlung erscheint sofort im Ausgabentab. Jetzt seid ihr wieder quitt!